Hallo meine Lieben, ich habe euch ja schon gezeigt in meinem Video, wie schnell und einfach man doch diese besonderen Masken zu faschen, Karneval, Motto-Party, Kindergeburtstag basteln kann. Und jetzt zeige ich euch noch den passenden Haarschmuck, den ich auch selber gemacht habe. Der ist ziemlich pompös, geht aber auch ziemlich einfach nacharbeiten und wenn ihr vielleicht Spaß daran habt, würde ich euch das zeigen, wie das geht. Das wäre nochmal ein Tipp von mir für euch und vielleicht habt ihr wirklich Lust, mit mir das zu basteln, nachzuarbeiten und dann dies für eure Party zu tragen. Dann würde ich mir freuen, wenn ihr vielleicht mir einen Kommentar gebt und dann könnten wir das zusammen basteln. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und eine schöne Partyzeit.